Hallihallo meine Freunde, willkommen zurück zu Rocket League. Ja, jetzt geht's weiter. Am zwanglos Mittwoch und ich habe etwas gesehen hier und zwar nennt sich das ganze 2 gegen 2 Strandball. Das haben wir noch gar nicht gemacht und wir werden es heute mal testen. 2 gegen 2. Liebe Grüße gehen raus, ganz vorneweg an Blub und an Tim. Euch hatte ich ja letztes Mal vergessen irgendwie. Und an Kami und Sana und an Chris, Chris, Christian, an Paluten-Fan, an den Mati natürlich und an Nick, Nick, Niklas, Julian, Alexa, Flami, Marcel. An Kuser und, oh Gott, ich habe irgendjemand vergessen. Schreibt mir das doch in die Kommentare. Wenn ich dich vergessen habe, dann entschuldige ich mich natürlich persönlich dafür. Auf jeden Fall ganz liebe Grüße an euch alle und schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Rob, das ist Abschluss Zock, Let's Play. Wir spielen Rocket League Strandball 2 gegen 2. Heute am zwanglos Mittwoch. Ja, die Suche läuft. Da bin ich mal gespannt. Wen bekommen wir als Mitspieler, wen bekommen wir als Gegenspieler und wie ist das mit dem Strandball? Bleibt dabei einfach liegen, prallt er ab. Prallt er überhaupt? Ist das normales Fußball? Kann man das so sehen, ungefähr? Wir werden es sehen. Also ich kenne es nicht, ne? Ich mache es zum ersten Mal jetzt. Bin ich auch gleich einen Schluck Kaffee. Aha. Ja, wie gesagt, heute am Mittwoch. Die Woche war geil, die Woche war heiß. Es war warm draußen. Es war wunderschön. Kurze Hose, T-Shirt. Einfach nur fantastisch. Habe mich richtig wohl gefühlt da draußen. Ähm, sollten mal jetzt so ein, zwei Tage so Pause sein zwischen Videos, dann liegt das einfach nur dran, dass ich draußen in der, in der freien Wildbahn unterwegs bin und keine Zeit habe zum Aufnehmen, weil ich will das Wetter genießen. Ja, ich weiß, es war so lang dunkel und kalt und jetzt will ich einfach raus. So, so abbrechend soll ich natürlich nicht machen. An Kiryu, ganz dem Grüße, hat er mir nämlich geschrieben. Das bringt überhaupt nichts. Man bekommt hier eine höhere Priorität, wenn man hier die Suche ein bisschen länger laufen lässt. Aber vielleicht ist das Strandball auch gar nicht so beliebt, dass gar nicht so viele Leute jetzt dabei sind und hier mit zuschauen oder mitspielen, ne? Werden wir sehen. Wir lassen einfach mal weiter laufen hier. Suche läuft. Und ja, mindestens geschätzte Wartezeit 1,45. Ja, das haut so ungefähr hin. Jetzt wird es schon orangisch hier. Vielleicht doch mal abbrechen. Ja, ich bin jetzt so kurz davor, ne? Bei Suche abbrechen. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Ich will den Tipp vom Kiryu, will ich auf jeden Fall beherzigen hier. So, es wird, die Prio wird hochgesetzt. Jetzt hier bei uns, ne? Dass wir halt ein Match suchen. Und wenn jetzt irgendwo was frei wird bei Strandball, dann werden wir da reingeschmissen, natürlich. Mal schauen. Mal schauen. Suchen mehreren Playlists. Ja, mach mal. Suche wird um zusätzliche Fertigkeitsstufen erweitert. Suche jetzt. Läuft jetzt in allen Fertigkeitsstufen. Warte auf weitere Spieler. Und da ist es. Ha! Ja, alle Fertigkeitsstufen. Das ist ja, was wir uns, ne? Also, 2 gegen 2 Strandball. Hier bei Rocket League, bei Absurd Zock Let's Play. Am zwanglos Mittwoch. Und wir spielen zusammen mit... Äh? Da ist er, Raya. Raya, Vollgas. Komm, mach was. Ich hoffe, Raya ist keine AI. Komm, Raya, mach was. Das sieht so aus, als wäre Raya eine AI. Das ist aber schön. Ah, es ist aber ein schöner Gummiball. So, Raya, komm. Oh, der ist aber wirklich fantastisch, der Ball. Hui, der prallt aber zurück hier. Eieieiei. Und geht so was ganz anderes jetzt hier. Strandball. Der Ball hat eine ganz andere Physik. Eieiei, komm, umdrehen. Mach was. Sehr gut. Oh, ist der angeschnitten. Eieieiei. Richtiges Windei hier. Oh. Da muss ich beteiligen lernen hier. So, schauen wir mal. The World ist jetzt dabei. Raya war tatsächlich AI. Oh, den musst du kriegen. The World, mach was. Sehr gut. So, komm, auf geht's. Ich komm da nicht ran. Was ist das für ein Windei? Eieieiei. Ist das geil. Alter, geil. Der World. Guter Schuss. Ja, Mann. Super. Super. Und direkt abgeboren. Okay, The World steht mit hier. Ich muss eigentlich verteidigen. Ich stehe links. Nein, der wird verteidigt. Boah. So, der war angeschnitten. Alter Schwede. Macht schon Fun. Macht Action. Auf jeden Fall. Boah, guck mal, wie sich der Ball hier reintritt. Boah. Jetzt muss ich schauen. The World schraubt sich. So ein bisschen hoch. Hat es versucht, zumindest. Oh. Ah, muss man ein bisschen antizipieren hier mit dem Ball. Boah. Und zurück. Und zurück. Action. Zweigen zweis Action. Boah. 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 Boah, der schraubt sich aber auch weg hier. Hey, 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 hey. So, The World. Komm noch mal. Tret dich um. Mach was. Sehr schön. Ah, da geht's so weit darüber. Waxxar. Waxxar ist hier mit dem Spiel. Beim Gegner. Da kommt keiner an. Da kommt keiner an. Alter Schwede. Jetzt hier nochmal mit einem kleinen Schuss. The World dribbelt oder versucht zu dribbeln. Aber dabei ist halt einfach so ein Windei hier, ne? Boah. Guckt euch das an, ey. Da fliegt so weit zurück dabei. Da kommt keiner ran. Den musst du wirklich so nehmen. Den musst du direkt... Oh, der hat schon was reingeschlänzt hier. Saubär. Saugeil, ey. So. Mach was. Nein. Ich mach hinterher hier. Ich muss verteidigen. Hab ich. So. Da war ich ganz oben, war ich da. Der kleine Rob. Der kleine Rob will ganz hoch hinaus. Der Wirt. Boah. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Ey. Wahnsinn. Oder weil da geht das schön und senk hier. Boah. Sehr gut. Ich lande. Komm. Oh, nee. The World 2020. 0322 hier mit uns. Beim Strandball. Und da hat's geknallt da hinten drin. Den Motto nur noch machen. Hat er gut gemacht. Sehr schön. Da hat's mal kurz geraucht hier. Und dann haut uns schön seitlich rein hier. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr. Sehr, 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 sehr. Sehr, 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 sehr geil. So, auf geht's, komm. Zack. Bald, bald ab. Und dann ist das wieder so ein richtig schönes Wind. hier vor allem konnte ich ja zum pressen hier mit der motorhaube wird schon wieder hier am ansatz leicht mit einer vorlage den hat er gut weg gepresst hier und berührt mein kleiner freund da war geschnitten da so geschnitten hier ja mal und jetzt schneide ich den mal an hier und das an zusammenstoß hier jetzt muss ich aber zurück hier kann ich nur so ein bisschen weg pressen nein gerade starten sie gut jetzt hier starten sie gut musste ich hier vom hochster retten und fliege tina stand noch beim abschluss beim abschluss so reingepresst das ganze jetzt nicht mehr viel zeit gewürzt müsste sich konzentrieren auf den ball und ich eigentlich auch aber da geht vorbei das ist ja richtig cool hier strandball ja da kommt sie wieder meine richtung hier kann ich mich wieder umdrehen der world marit sehr gut sehr sehr gut du wirst und dann ganz einfach mit der schnauze haut dann rein sehr schön so neun sekunden 31 ich denke das ding ist durch so haben wir noch mal davor ja man war mein pass ich habe eine volle aber ich war am start da komme ich auch geflogen ich glaube ich habe auch gemacht aber super 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 sehr sehr cool die hat spaß gemacht gut gespielt oder abflug jetzt 18 punkte nur macht nichts wir haben gewonnen wir haben gewonnen wir wollen uns heute wie gesagt das strandball mal anschauen zusammen mit dem samurai unser auto heute der samu der samurai und jetzt gucken wir einfach mal wie die zweite runde läuft ich hoffe hier finden schneller wieder ein gegner durch dringen derzeit einen schluck kaffee sehr schön wer ist denn jetzt noch dabei hier bei rocket league bei absturz zock let's play schreibt mir doch einfach mal in die kommentare mit namen oder mit gamertag bist du noch am start jetzt hier bei der zweiten runde strandball rocket league hier am mittwoch am zwanglos mittwoch bei mir auf dem kleinen youtube kanal mein name ist rob für die die mich noch nicht kennen sei mir gegrüßt und herzlich willkommen hier bei absturz zock let's play klick dich doch einfach mal durch die playlist und schau ob dir was gefällt ja das ist so ein kleiner tipp von mir und wenn ihr was gefällt kann so gern ab unterlassen oder wenn euch das video gefällt könnt ihr gerne ein däumchen nach oben da lassen das würde mich sehr freuen das würde mir auch helfen das video ein bisschen populärer zu machen so gegner wird also besucher wird wieder beschleunigt das jetzt wie vorhin scheint noch nicht so beliebt zu sein der strandball modus verstehe gar nicht warum also ich muss sagen hat spaß gemacht auf jeden fall die erste runde man hat ja auch gesagt ich kann im training hier eine suche läuft er weiter ok liebe liebe grüße ich habe es probiert ich wissen wir nur jetzt erst eingefallen ich kann doch auch während der spielersuche ins training gehen also hat er auch mein haupt hier so ich bleibe direkt ins match geworfen es steht 0 zu 2 für orange ich hoffe ich bin orange ja ich bin orange sehr schön so ich bin blau ich bin blau das habe ich gar nicht gesehen da spielt den beiden mal schön dahin ich kann mich an das sind hier mit meinen blauen mitspieler ja eigentlich macht der da macht man sehr gut so ganz kurz wer bei uns mitspielt ich hab's gar nicht ich hab's gar nicht schon hoch gezogen ist hier ist natürlich jetzt luft dass man so ein spiel reingeworfen wird beim stand von 0 zu 2 das wird richtig schwer hier so guck mal so ab geht's kommt der babacat 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 wo spielst du hin so okay schade babacat jetzt doch auch noch mal einen schuss hier oh der ist aber schön hier getrifftet hier dieser kleine gummiball hier oh da komm ich schon rin alter man babacat wo warst du ich hab babacat nur da oben fliegen sehen schauen wir noch mal da fliegt er ganz hoch und verfehlt den ball und da komm ich ja nicht mehr ran aber noch 1,22 hier beim stand bei 0 zu 3 dieser aber muss uns match gewogen wird ein bisschen schade so vielleicht geht der ja rein aber ich glaub es nicht babacat oh gott babacat ja da sehen wir wenigstens noch mal ein paar schöne tore hier zwar nicht von unserer seite hier oh gott mit einer rückwärtsrolle babacat was war da los aber es macht nichts wie gesagt wir haben spaß am spiel hier bei rocket league babacat ganz oben verfehlt den ball so boah ich probier den ball auch dann probier dich noch auch sehr schön gehalten von babacat hier ja den nehm ich den nehm ich den nehm ich ach schade nämlich nicht okay ach schade ach schade na gut was solls noch 30 sekunden ist nicht so das ding von babacat denke ich mal hier so 2 gegen 2 ne die rotation klappt hier gar nicht aber wie gesagt ne ich zeig euch ja heute nur den strandballmodus und dazu gehört halt auch dass ich mal ein paar gegner zeige hier die die das schon richtig gut können wie zum beispiel ganz 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 und echo echo irgendwas die haben das mit dem ball schon gut drauf hier ne wie das sich bewegt ach schade hat auch gut gehabt da war auch wieder einer ja ja mann gut ist die erste match war richtig gut das zweite match okay bei dem stand von einem stand von 0 zu 2 hier noch reingeworfen werden gg auf jeden fall hat spaß gemacht gut gespielt das schreibt man immer das macht ja spaß da ist der ball hat eine ganz andere physik ich sage also probiert das einfach mal aus ich hab gott sind noch 150 punkte kriegt sehr gut so wie gesagt probiert den modus einfach mal aus der strandballmodus 2 gegen 2 macht fans weil wie gesagt der ball bewegt sich ganz anders und es ist wie gesagt wie es ist schon wieder ein ganz anderes spiel hier muss man dazu auch mal sagen so herausforderung schauen uns mal an so da haben wir das hier haben hier gekriegt ein item für fortnight da haben wir noch irgendwas gekriegt sehr sehr geil und wir sehen uns am samstag wieder wenn ihr bock habt dran geblieben reingehauen die grüße europa macht's gut vermute macht's war k war war ist war